grüß freunde euer interesse an den panzerkampfwagen 4 videos bleibt unerwartet hoch deswegen kommt hier ein video was ich versprochen habe mit den gefechtsberichten wo panzerkampfwagen 4 beteiligt war bevor es losgeht erkläre ich euch erst die regeln drückt schon mal daumen hoch aber falls noch nicht geschehen und die glocke natürlich die brauche für meine frau hier ist die richtige also die glocke drücken und wenn dieses video 2000 likes erreicht mache ich wie die ein video über die schuss tests auf den panzerkampfwagen 4 so die regeln zunächst einmal müsst ihr verstehen dass ein gefechtsbericht eine objektive darstellung ist eine trockene darstellung der abläufe es enthält keine gefühle keine gedanken vermutungen subjektive daten also wenn etwas zum beispiel lest da steht gefechtsbericht drauf oder ein video auf youtube gefechtsbericht aber dann steht dann wird sowas berichtet wie die sonnenstrahlen brannten mir auf die stirn und ich fühlte mich nicht gut oder zum beispiel irgendwelche gefühle des autors gefühle oder empfindungen bezüglich der allgemeinen situation situation politischer lage dann ist es kein gefechtsbericht sondern zum beispiel irgendein roman von einem autor was natürlich ehrlich sein kann aber auch nicht kann auch sein dass der autor viel dazu gedacht hat des weiteren enthält ein gefechtsbericht trockene daten zum beispiel panzer xy fuhr die straße a bis z richtung dorf buxtehude und es muss konkretes datum enthalten es bezieht sich immer von konkretes datum also wenn ihr zum beispiel lest wie die letzten wochen ging es rückwärts und dann wieder vorwärts aber vorletzten monat kam noch ein besucher wir haben mit dem gesprochen und ein getrunken und der war super gut drauf dann ist es auch kein gefechtsbericht im gefechtsbericht muss dann sein am dritten fünften rückten wir mit drei panzer kampfwagen vier richtung dorf ochsenschwanz und am tag vorher gab es artillerie beschuss aus der richtung zum beispiel dann ist es ein gefechtsbericht so wir fangen an mit polen feldzug und gehen zeitlich weiter ich führe natürlich nicht alle gefechtsberichte die ich so gefunden habe auf sondern nur einige weil sonst sprengt den rahmen und wenn ihr noch mehr gefechtsberichte haben wollt schreibt das natürlich in die kommentare daumen hoch zum beispiel sagen wir mal innerhalb von innerhalb einer woche 1000 daumen hoch erreicht werden dann setze ich mich sofort wieder an ein weiteres gefechtsberichts video also los geht's insgesamt haben 198 panzer kampfwagen vier an der polen kampagne teilgenommen sie waren in leichte oder mittlere panzer kompanien eingegliedert es waren die ausführungen a b oder c und die panzer hatten während der polen kampagne noch weiße kreuz als hoheitskennzeichen danach wurden sie durch balken kreuz ersetzt 19 panzer kampfwagen vier wurden in polen derart beschädigt dass sie zur generalüberholung in die fabrik geschickt werden mussten wo sie instand gesetzt werden konnten general guderian der kommandior denn des 19 armeekors schreibt in seinem erfahrungsbericht haufterfordernis beschleunigte beschaffung der panzer kampfwagen 4 und aufstellung der mittleren kompanie sie haben sehr starke tatsächliche und moralische wirkung die truppe hat besonderes vertrauen zu ihnen ab dem 10 mai 1940 ging der feldzug im westen los also frankreich und daran haben 279 panzer kampfwagen vier teilgenommen diesmal waren auch die ausführungen d dabei im gefechtsbericht vierten panzer regiment 1 über das gefecht bei torteron am 16 5 1940 die spitze für den vormarsch dieses tages bilden die dritte grad schützenbataillon und die vierte panzer regiment 1 letztere bestehend aus drei panzer kampfwagen 2 und drei panzer kampfwagen 4 dann zählt er die namen auf kühnemeier matersteig kompaniechef lukas ewald von chenny aus unternehmen die panzer lukas und ewald eine aufklärung in die linke flanke wo feindliche panzerfahrzeuge gesichtet worden sein sollen sie werden nachdem sie keinen feind mehr feststellen konnten durch funk zurückgerufen panzer ewald fällt bei chenny aus der panzer lukas erreicht die spitze die sich bereits wieder in marsch gesetzt hatte in la saboterie einzug marokkanischer kratschützen die in dem ort von rechts kommend auf unsere spitze stoßen wird gefangen genommen der vormarsch geht weiter bevor die spitze die wege spinne zwischen la saboterie und torteron erreicht stießen von rechts drei französische panzer spähwagen und zwei kräder mit höchstgeschwindigkeit auf unsere vormarschstraße und fliehen in richtung torteron sie werden von den vordersten fahrzeugen anscheinend ohne erfolg beschossen also ihr merkt schon das liest sich ziemlich trocken aber dahinter sind vorher gefechte gemeint mit richtigen toten verwunderten blut und menschen richtige menschen kein hollywood als sich die spitze zwei panzer kampfwagen zwei und ein panzer kampfwagen vier torteron nähert er hält sie pack und dem gehfeuer aus torteron und von den höhen jenseits torteron ein weiteres vorgehen auf der straße ist unmöglich die panzer nehmen das feuer auf erkannte ziele auf setzen dann aber langsam zurück mit dem chef der spitzenkompanie der kratzschützen wird vereinbart dass die panzer kampfwagen vier auf den höhen von torteron in stellung gehen und unter ihrem feuerschutz die kratzschützen in die stadt eindringen sollen die panzer kampfwagen zwei sichern die straße in richtung torteron und la saboterie den panzer kampfwagen vier gelingt es die feindlichen panzerspähwagen zu vertreiben ein erster panzer kampfwagen und ein gepanzerter munitionsschlepper werden vernichtet also haben wir auch hier eine situation wo die panzer auf eine verteidigungslinie stoßen und sich zurückziehen und die verteidigungslinie von infanterie durchgebrochen wird und nicht von panzern das ist das wird oft in den köpfen falsch abgelagert dass die menschen meinen die panzer durchbrechen die verteidigungslinie nein die panzer haben keine chance gegen panzer abwehrkanonen die panzer abwehrkanonen sind gut getarnt und haben eine hohe feuerrate da haben die panzer keine chance und deswegen wird infanterie vorgeschickt sie durchbricht die panzer die verteidigungslinie und die panzer gehen dann in den durchbruch und bauen den erfolg aus mit hoher geschwindigkeit stoßen sie dann vor aber der durchbruch erfolgt durch die infanterie nicht durch die panzer nachdem minen in den ort durch die kratzschützen weg geräumt sind setzt die spitze ihren marsch wieder auf das cheffahrzeug fällt aus da es zwei treffer bekommen hat einer davon hat die kanone beschädigt die spitze besteht nun aus drei panzerkampfwagen zwei erster zug und ein panzerkampfwagen vier leutnant lukas der vormarsch geht in den alten marschfolge weiter spät trupp der kratzschützen panzer kratzschützen kompanie bei saucy bassemont trifft die spitze auf starken widerstand ein panzerkampfwagen zwei des ersten zuges erhält mehrere packtreffer die besatzung muss ausboten das fahrzeug erhält dann noch mehrere packtreffer insgesamt 19 19 packtreffer der einzige panzerkampfwagen vier der spitze eröffnet das feuer und kämpft mehrere pack nieder nachdem sämtliche brisanz und panzerkopfgranaten verschossen sind werden noch nebelgranaten auf den dorfrand gelegt um den rückzug zu decken also brisanz ist explosions granate spring granate insgesamt also muss ich sagen die franzosen hatten 25 mm pack kanonen was für die panzerkampfwagen vier damals völlig ausreichend war sie waren anfangs recht schwach gepanzert und dann hatten die franzosen noch stärkere 47 also 4,7 zentimeter pack auch auch die besatzung des panzerkampfwagen vier muss ausboten da das fahrzeug wegen technischen mängel bewegungsunfähig geworden ist und auch bei den letzten granaten die kanone entzweige kratzschützen übernehmen den schutz der panzer durch die abteilung werden fahrzeuge der zweiten kompanie abgerufen um die vierte kompanie herauszuholen nachdem der feindwiderstand gebrochen ist stellt sich heraus dass eine pack kompanie mit kratzschützen im ort in stellung war pack sind schwer zu entdecken weil sie klein und sehr gut zum tarnen sind deswegen kann man sie vielleicht anhand der schüsse erkennen wenn ein fahrzeug beschuss auf sich nimmt und aus dem anderen fahrzeug beobachtet wird aber ist ja schlecht wenn die panzer nicht pack beschuss sicher sind bericht der achten panzer regiment 1 über das gefecht bei st volant am 24 mai 1940 aufgabe ein zug der vierten kompanie zweiter zug der achten kompanie unterstellt soll den schützen bei erweitern des brückenkopfes vorwärts helfen die erkundung für dieses unternehmen wird am vormittag durch leutnant von willeboa und leutnant lukas durchgeführt durchführung der erste kanal der schon am tage vorher von uns genommen war wird ohne schwierigkeiten überwunden die panzer geben den schützen feuerschutz um sie an den zweiten kanal herankommen zu lassen was passiert also es gehen nicht die panzer vorwärts weil sie durch eventuell versteckte pack ausgeschaltet werden sondern die schützen also infanterie geht vor und panzer geben deckung also quasi als mitfahren der artillerie dann fahren die panzer bis an den kanal heran und geben den schützen von diesseitigen ufer und zum übersetzen und zum erweitern des brückenkopfes feuerschutz der angriff geht zunächst sehr flüssig vorwärts stockt dann aber da die schützen in floss säcken über den kanal setzen müssen die panzerkampfwagen vier schießen inzwischen ein haus nach dem anderen in denen sich die franzosen mit ihren mg eingenistet haben mit brisanz brisanz also wieder sprengstoff munition ist spring munition zusammen in diesem unternehmen haben die panzerkampfwagen vier eine absolut artilleristische aufgabe im engsten zusammenarbeiten mit den schützen übertragen bekommen die aufgabe ist in vollem umfang erfüllt worden denn die schützen haben ohne verluste den brückenkopf erweitern können dazu muss ich sagen der panzerkampfwagen vier ist auch begleitwagen konzipiert worden deswegen hatte die kurze stummelkanone gehabt die 75 mm während der panzerkampfwagen drei zugführerwagen zur panzerbekämpfung dienen sollte vom balkanfeldzug ab 6 april 1941 steht auch was drin im april hatte jede panzerdivision nur ein panzerregiment und die mittleren kompanien bestanden zu dieser zeit aus einem leichten zug mit fünf panzerkampfwagen zwei und entweder acht oder zehn panzerkampfwagen vier beim gruppenführer und zwei zügen so nur wenige panzerkampfwagen vier gegen während des balkanfeldzuges durch minnen oder feindliche pack verloren das hauptproblem waren mechanische ausfälle bremsen und lenkgetriebe an fast allen panzerkampfwagen vier welche an den langen märschen durch das gebirge beteiligt waren so zum unternehmen barbarossa lesen wir auch noch was ab 22 juni bekanntlich 1941 in der unternehmen barbarossa ging der panzerkampfwagen vier immer noch mit der kurzen l 24 7,5 zentimeter kanone da erst als die probleme kamen bei bei dem unternehmen hat die wehrmachtführung reagiert und zwar im februar 1942 wurde angewiesen den panzerkampfwagen vier nur mit der neuen längeren 7,5 cm kwk 40 mit der lauflänge von l 43 also 43 kaliber lingen einzubauen es darf kein panzer mehr mit dem alten geschütz montiert werden das war die anweisung ab februar 1942 da haben sie es erst begriffen und was haben sie mit den kurzen gemacht mit den kurzen stummelkanonen ganz einfach sie haben holladungsgranaten entwickelt euch vielleicht auch als heat bekannt also high explosive anti tank das ist praktisch eine holladungsgranate wirkungsweise habe ich schon oft erzählt wie sie funktioniert und zwar bei der holladungsgranate ist die auftreff geschwindigkeit der granate auf die panzerung egal weil die granate selbst einen stachel erzeugt kumulativ stachel heißt das und dieser bewegt sich mit einer geschwindigkeit von circa 38 mach also 38 fache schallgeschwindigkeit und dadurch durchschlägt sie praktisch die panzerung also es entsteht im innenraum entstehen erstmal splitter mit hoher temperatur und auch ein überdruck der die besatzung bekämpft und die holladungsgranate hla hatte eine durchschlagsleistung von 45 mm bei 60 grad auftreffwinkel das war genau das was der t 34 hatte und somit konnte man ihn damit bekämpfen schreiben sie zwar auch auf eine entfernung von 150 bis 800 meter sogar aber die entfernung ist ja wie gesagt die ist nur eine sache des treffens die durchschlagsleistung reduziert sich nicht bei dieser granate und der hitler hat diese granate erst im februar freigegeben 1942 weil er befürchtet hatte dass die sowjet diese granate sehen und sehen wie sie wie toll sie ist und diese auch kopieren entwickelt wurde sie zwar im april 1941 aber bis februar war der einsatz verboten aber angeblich wurde sie trotzdem früher schon eingesetzt also schon ab dezember oder so habe ich gelesen so und die durchschlagsleistung reichte aber nicht für den kw 1 deswegen hat man eine verstärkte version entwickelt und zwar die hlb so die panzerabteilung ziervogel der dritten panzer division berichtete abschüsse von feindpanzern in der zeit vom 12 bis 22 mai 1942 sechs panzer kampfwagen 4 mit der l 24 kanone erzielten mit 7,5 cm hl geschoss also granatpatrone 38 die verbesserte version hlb folgende ergebnisse 5 kw 1 kampfunfähig geschossen kein durchschuss in klammer dann gesprengt also die besatzung ist ausgestiegen die kw 1 gesprengt zusätzlich 24 t34 panzer und zwei infanterie tank mark 2 damit ist der britische matilda gemeint die britann diese nach sowjetunion geliefert haben sie also abgeschossen eigene totalausfälle drei panzerkampfwagen 4 es kann auch sein dass gesprengt bei gesprengt heißt dass sie die panzer kampfunfähig geschossen haben eingekreist und dann irgendwie eine springladung drunter gelegt haben kann auch sein wie sind die kampfunfähig geschossen also man schoss die kette ab damit das fahrzeug erstmal stehen bleibt und dann schoss man die kanone durch also es gibt oft fotos von panzer mit durchschossener kanone mit einem panzer konnte man das machen die kanonen waren recht genau oder auch in den turmkranz hat man reingeschossen damit die damit der turm verklemmt und damit er sich nicht mehr drehen kann aber das hat dann die infanterie gemacht die panzer gesprengt die kampfunfähig waren hier war also immer eine zusammenwirkung gegeben infanterie mit panzer das hatten die sowjet nicht die hatten einfach panzer losgeschickt haben einen haufen panzer und zu wenig infanterie panzer losgeschickt und aus dem panzer siehst du nichts soldaten schleichen sich an von der seite von hinten und sprengen den panzer fertig wirst noch bewegungsunfähig geschossen von anderen panzer kannst nichts machen so die nachfolgende schilderung stammt aus dem gefechtsbericht vom unteroffizier Heinz weller kommandant eines panzerkampfwagen 4 mit 7,5 cm kwk l24 bei der achten kompanie panzerregiment 3 vom 13 august 1942 ich bekam den befehl in eine schneise die auf eine dem punkt 208 vorgelagerte plane führte bis an den waldrand fortzufahren auf der karte wird so ein punkt 208 zum beispiel eine anhöhe markiert zur gleichen zeit fuhren zwei panzerkampfwagen 3 auf dem nach norden führenden waldweg weiter und schossen dort wo die feindpanzer aufgrund des motoren geräusches vermutet wurden in den wald ein panzergrenadier beobachtet dass der den punkt 208 beschissende t34 seine kanone in der richtung drehte aus der er feuer erhielt dies war für mich das zeichen auf die freie plane fortzufahren und den von mir jetzt einwandfrei erkannten t34 mit hohlraumgranaten also holladungsgranaten auf eine entfernung von etwa 25 meter außer gefecht zu setzen schön zusammengearbeitet der hat praktisch der eine hat den panzer abgelenkt er hat den turm weggedreht er fuhr ihm in die seite und hat ihm mit eine holladung in die seite gelegt aus 25 meter beendigung des kampfes besichtigte ich den jetzt ausgebrannten panzer und stellte unmittelbar neben diesem einen leichteren panzer fest der ebenfalls von einer meiner hohlraumgranaten einen treffer erhalten hatte und auch ausgebrannt war die fünfte panzerdivision die nur vier panzerkampfwagen 4 mit 7,5 cm kbk 40 l 43 das waren schon die langen kanonen von denen einer im einsatz verloren ging berichtete in der zeit vom 22.2 bis 20.3 1943 abgeschossene feindpanzer im raum nördlich schistra panzerkampfwagen 4 mit 7,5 cm kwk 40 wieder die lange kanone 17 kw 1 26 t 34 einen t 26 haben sie sogar im 43 noch gesehen ein mark 2 das war der matilda und 3 mark 3 das sind die valentine panzer und ein general lee general lee ist der amerikanische panzer mit mit einer kleinen kanone im turm und der dickeren 75 mm kanone in der wanne die man dann wie bei einem jagdpanzer drehen muss zum schießen gutes ziel wurde spaßmäßig als 6er grab von den rotarmisten bezeichnet mit panzergranate 39 auf entfernung von 1200 bis 1600 meter je panzer zwei bis drei schuss jeder treffer vernichtende brandwirkung mit hlb munition selten brandwirkung hier ein bis fünf schuss pro panzer das liegt daran dass die holladungsgranate eben diesen kumulativ stachel entfaltet und hinter der panzerung halt nur kleine aber glühende spritzer verbreitet die zwar erst wenn sie treffen tödlich sein können aber dann sehr schnell ausglühen und halt abkühlen und deswegen seltener brandwirkung im fahrzeug verursachen weil die splitter ganz klein sind das löchlein ist ganz klein dass diese dieser stachel macht ganz kleine löcher und wenn du mit einer panzergranate mit einer ganz normalen panzergranate die panzerung durch durch bricht du schlägst dann gibt es im innenraum bei der weil diese granate dick ist macht sie auch größere löcher und die splitter die in den innenraum kommen die sind ganz groß die sind groß auch heiß und kühlen deswegen nicht sehr schnell ab und sie sind halt schlimmer von der brandwirkung und wenn da irgendwo sprit ist oder öl das fängt schon mal an zu brennen dann dazu kommt noch die springwirkung da ist ein kleiner sprengsatz in der panzergranate 39 dieser soll nach dem durchschlag der panzerung explodieren und das verursacht verheerende wirkung innerhalb im panzerraum innenraum so freunde wie ihr seht ist das ein recht trockener stoff ohne irgendwelche gefühl und spannungsaufbau gefühls ausdrückerei und so weiter sondern das ist wirklich nur stur was ist passiert gefechtsbericht gefechtsbericht sagt praktisch objektiv trocken und sachlich absolut sachlich und bezieht sich immer auf ein datum festes datum entweder dieser tag oder von dem tag zu dem tag so ich habe hier noch berichte von afrika feldzug dann habe ich nur von kurska bogen berichtet und vom westen dann im spät der späteren phase des krieges also wenn ihr das haben wollt wenn ihr noch ein video darüber haben wollt dann verbreitet das video ich mache noch ein zweites video mit den weiteren berichten wenn dieses video innerhalb von einer woche ab erscheinungsdatum 1000 daumen hoch erreicht dann werde ich das ganze ganz schnell machen also verbreitet es so weit ihr könnt überall rum im internet damit das stattfindet wenn ihr das wollt da damit sichere ich mir euer interesse wo ich diese sachen hier habe die quellen die post ich unter dem video von daher weiß ich nicht ob ihr da wirklich interessiert seid weil das eben sehr trocken ist interessanter ist natürlich ein roman zu lesen der zeit wo einer sagt wo ich hatte angst und die hände zitterten mir und der schweiß lief mir rund aber ist eben kein bericht das ist einfach kann fantasie sein kann tatsächliche augenzeugen bericht sein kann alles möglich sein aber kein gefechtsbericht so freunde ich wünsche euch alles gute vielen vielen dank nochmal für die aufmerksamkeit wenn ihr es bis daher geschafft habt dann schreibt es mir in die kommentare was schreibt es da panzer panzer kampfwagen 4 for life schreibt es bitte so dann weiß ich ihr habt es bis zu ende geschafft dann können eventuell die diejenigen die so richtig richtig reich sind und wo das konto ein bisschen sagen wir überfüllt ist könnt ihr ein bisschen was bei mir abladen und zwar unter dem video gibt es einen link zur spende oder kanal mitgliedschaft könnt euch vielleicht auch überlegen ansonsten wie gesagt verbreitet das video daumen hoch kommentar was wollte ja gerne als nächstes sehen noch irgendwelche gefechtsberichte ich weiß was kommt tiger königstiger aber mal ehrlich das ist doch langweilig königstiger überall tiger königstiger interessant ist doch panzer kampfwagen 4 oder panzer kampfwagen 3 oder sowas das ist doch interessant oder naja ist überlasse ich euch vielen dank nochmal für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal adios muchachos